Ja, hallo und herzlich willkommen zum Video Schirme auf Vorlagen platzieren. Wir haben hier eine Vorlage als JPEG-Datei importiert. Wenn wir jetzt einen Schirm darauf importieren würden oder machen wir auch gleich, dann kollidiert er so ein bisschen mit dieser Ebene. Deswegen würde ich das ganz gerne auf separate Ebenen setzen. Dazu braucht man in SketchUp Layer. Die Layer sind ein bisschen anders als in allen anderen Programmen, deswegen gehen wir sie kurz einzeln durch. Also wir brauchen aus dem Menü Fenster, Standardablage brauchen wir die Layer. Dann ändert sich unser Feld hier. Das sieht jetzt entsprechend so aus. Das hat damit was zu tun, weil dieser Mentor einfach zu viel Platz einnimmt. Ich nehme den jetzt und verkleinere mir den. Nicht wundern, das zuppelt so ein bisschen hin und her. Und dann können wir den Mentor auch schließen. Dann haben wir hier verschiedene Layer. Jedes Objekt befindet sich im Prinzip auf einem Layer, aber ich kann ihm auch im Nachhinein einen einzelnen Layer zuweisen. Dazu benötige ich hier oben die Elementinformationen. Bedeutet, wenn ich hier draufklicke auf das Objekt, das dauert hier bei mir ein bisschen, dann wird auf der rechten Seite die Elementinformationen angezeigt. Momentan befindet es sich auf Layer 0. Das Ding heißt Terrasse 2020 und es hat folgende Auflösung. Jetzt momentan hier unten kann ich es nicht wirklich sehen, dass es sich auf diesem Layer befindet. Es ist aber der Layer 0, der immer als Standard Layer definiert wird. Der Standard Layer ist der, wo die Objekte sich drauf platzieren. Gut, jetzt beginnen wir mal einen neuen Layer zu bilden. Das macht man mit diesem kleinen Plus. Und den Layer nennen wir uns auch einfach Vorlage. Vorlage und wenn diese Vorlage auf den Layer Vorlage soll, dann müssen wir ihn hier einfach nur im Layer Menü ändern und sagen, du gehörst nicht mehr auf Layer 0, sondern du gehörst jetzt auf die Vorlage. Bei der Vorlage ist es jetzt so, dass ich die Vorlage jederzeit hier ausschalten kann und dann verschwindet auch automatisch mein Layer. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht weiter auf dem Layer arbeiten könnte. Dieser Layer ist nach wie vor ganz normal bearbeitbar. Zum Sperren von so einem Layer gibt es auch verschiedene Funktionen. Das macht man allerdings nicht über das Layer Menü, sondern ruft es über die rechte Maustaste auf und könnte es dann entsprechend sperren. Funktioniert aber jetzt mit diesen Materialien hier nicht, weil das hier als Textur, nicht als Textur, sondern das ist jetzt als ganz normales Bild reingeladen worden. Ansonsten müsste man das Ganze jetzt entsprechend wandeln oder entsprechend gruppieren, damit es funktionieren würde. Brauchen wir aber auch nicht. Gut, jetzt holen wir uns einen Schirm hinein. Der wird sich standardmäßig auf den Layer 0 natürlich setzen. Bedeutet, wir gehen über das Menü Datei, Importieren. Da waren wir heute schon mal drin. Jetzt hole ich mir dort meinen Schirm. Ich habe mich jetzt hier für beispielsweise den Schatello entschieden. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Hier stehen jetzt wieder alle unterstützten Bildtypen. Das möchte ich ja gar nicht, sondern zeig mir bitte alle SketchUp Dateien an. Und dann kann ich mir diesen Schatello hier beispielsweise auswählen. Das ist ein 3x4 Schatello. Wähle ich Importieren, dann heftet sich dieser Schatello an mein Menü hier heran oder an meinen Mauszeiger heran. Und ganz wichtig ist es wirklich in SketchUp, am Anfang immer die Koordination zu behalten. Nämlich wir warten, bis der sich hier ansaugt. Weil wir haben keine relativen Positionsangaben, wo sich das Objekt befindet. Wir können es aber jederzeit von diesem Punkt aus entsprechend versetzen oder bewegen. Jetzt hat man schon gesehen, der schaltet sowieso automatisch auf die Bewegen-Funktion um. Das ist hier auf der linken Seite. Nennt man auch Move oder ist halt mit der Taste M aufzurufen. Und wenn ich jetzt den Schirm sowieso schon aktiv habe, dann kann ich hier an verschiedenen Elementen, kann ich hier diesen Schirm bewegen. Vorsicht vor diesen hier. Damit kann man den Schirm drehen. Wenn ich ihn nicht drehen möchte, sollte ich nicht die Finger an dieses hier tun, weil ansonsten dreht er sich. Natürlich hat das auch Vorteile, wenn ich ihn oben lang drehen möchte, dann kann ich dieses natürlich nutzen. Ich zeige das aber jetzt im Einzelnen. Wenn wir diesen Schirm jetzt nehmen und wir klicken einmal in dem Koordinaten-Ursprung, dann heftet sich dieser Schirm ja entsprechend wieder an. Und dann habe ich die Möglichkeit, man merkt diese Snapping-Funktion, dass man ihn in diesen zwei Richtungen sehr, sehr gut bewegen kann. Ja, also das heißt hier in Richtung Y und einmal hier in Richtung X. Bin ich mir da nicht ganz sicher, in welche Richtung ich so bewegen möchte und ich möchte das ein wenig arretieren, hat man die Möglichkeit, mit den Cursor-Tasten entsprechend die Richtungen zu fixieren. Zum Beispiel die Cursor-Taste nach oben fixiert in Richtung Z, dass es dann hier nur in oben Richtung zu bewegen ist. Die Cursor-Taste nach rechts ist nur in Richtung X, dann kann ich auch nicht in alle anderen Richtungen. Seht ihr, wenn ich hier in Richtung Y ziehe, passiert gar nichts, der macht nur Richtung X. Das sind die Cursor-Tasten, die man auch früher fürs Pac-Man-Spielen hergenommen hat. Cursor-Taste nach unten löst genau das gleiche aus. Dann habe ich noch die Cursor-Taste nach links und die definiert eben die Ausrichtung nach links. Möchte ich das nicht mehr haben, drücke ich einfach die Taste Escape, dann hüpft der Schirm aber auch wieder an die Ursprungsposition. Wenn ich es in einen bestimmten Abstand verschieben möchte, kann ich das natürlich auch tun, indem ich einmal klicke, herüberschiebe, dann sehe ich wie rechts unten, im Bildschirm steht jetzt hier ein Abstand von 8,52 Meter. Möchte ich es genau um 9 Meter verschieben, nehme ich einfach die Cursor, nehme ich einfach die Tastatur, drücke den Wert 9 und einmal auf Enter. Ich gehe nochmal den Schritt zurück und zeige das nochmal. Man klickt einmal, bewegt in die Richtung, die man bewegen möchte. Ich habe jetzt nicht genau in der Mitte, man sieht es hier an dieser Linie, die ist nicht genau auf der Null. Das macht aber jetzt für diese Positionierung gar nichts. Ich gebe einen neuen Abstand ein, 12, drücke Enter, dann ist es exakt auf 12 Meter. Gut, im nächsten Video zeige ich, wie man jetzt Schirme ordentlich platziert und wie man sie auch dupliziert.